Die Brettspielmesse im Oktober bedeutet auch immer eine Menge Brettspielloot. Für diejenigen unter euch, die gar nichts mit dem Begriff anfangen können, wir bezeichnen darunter quasi die ganzen Spiele, die wir von der Brettspielmesse mitnehmen, nach Hause schleppen und über die wir dann berichten können. Ich als Content Creator versuche natürlich über alle von diesen Spielen zu berichten und dass keins von diesen Spielen dann auf dem Pile of Shame bleibt. Aber ich kann mir vorstellen, der eine oder andere von euch, der vielleicht keinen YouTube-Kanal hat und auch ein paar Spiele mitgenommen hat, der läuft Gefahr so ein bisschen, dass der Pile of Shame ein bisschen größer wird und der Brettspiel-Loot dann gar nicht bespielt wird. Und deswegen auch an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Die Anzahl hier der Spiele, die ich jetzt gleich hier in die Kamera halte, Das ist nicht repräsentativ und das ist auch nicht, sag ich mal, gesund für den ganz normalen Brettspieler. Ich mache das, weil ich hier einen YouTube-Kanal habe, weil ich, ja, möglichst euch so viele Brettspiele zeigen möchte und um das Ganze auch transparent zu machen, ich habe mir nicht jedes Spiel gekauft. Ich habe einige Rezensionsexemplare bekommen, ich habe einige Exemplare rabattiert bekommen und damit das Ganze auch so ein bisschen transparent bleibt, werde ich das auch jedes Mal dazu sagen beziehungsweise hier unten in dem Banner dann einblenden, ja, um was für eine Art Exemplar es sich handelt. Also, wie gesagt, ihr müsst das nicht so haben, wenn ihr Brettspieler seid. Ihr braucht nicht so viele Spiele. Ich brauche das für meinen Kanal, also brauchen. Ich kann euch natürlich auch von weniger Spielen berichten und daher, ja, jetzt soll nicht irgendwie die Leute neidisch machen oder irgendwie komisch rüberkommen. Das Ganze sehe ich so ein bisschen als kleines Preview-Video, was ihr jetzt hier in den nächsten Monaten auf meinem Kanal erwarten könnt. Denn, ja, ich werde hauptsächlich über die Spiele berichten, die ich natürlich von der Messe mitgenommen habe. Ein paar Spiele werden natürlich mir auch noch zugeschickt im Nachgang, die ich mir auf der Messe angeguckt habe, wo dann gesagt wird, ja, okay, können wir dir irgendwie zuschicken. Da sage ich natürlich nicht nein, um einfach ein paar Kosten zu sparen. Insgesamt ist das sonst auch einfach mit dem Kanal hier natürlich ein riesiges Minusgeschäft. Und, ja, ich mache das, weil ich Freude daran habe, Videos zu machen und euch die Welt der Brettspiele zu zeigen. Aber ansonsten ist das natürlich völliger Quatsch. Und wenn ich nicht normalen, ja, Vollzeitjob hätte, dann könnte ich das natürlich auch alles gar nicht bezahlen. Und, ja, dann könnte ich den Kanal auch nicht aufrechterhalten. Deswegen nur dazu und auch nochmal zu den Rezensionsexemplaren. Ich werde keins von diesen Rezensionsexemplaren verkaufen. Das mache ich einfach nicht. Rezensionsexemplare werden bei mir verschenkt oder verlost. Das heißt, die werden quasi dann nochmal als, ja, Invest in den Kanal gesehen, wenn ich eine Verlosung mache und dadurch vielleicht ein paar mehr Klicks bekomme. Oder ich verschenke sie einfach an, ja, die Bücherhalle, an Freunde, Familie. Das heißt, ja, Rezensionsexemplare verkaufe ich auch nicht und ich mache auch kein Geld mit diesen Rezensionsexemplaren dann im Endeffekt. Bei rabattierten Exemplaren habe ich tatsächlich noch keine Lösung für gefunden. Ich schreibe mir natürlich auf, was das Spiel auch wegen der Steuern so gekostet hat und wie viel Rabatt ich bekommen habe und so weiter. Ja, da muss ich mir nochmal was überlegen. Wahrscheinlich behandle ich die dann auch einfach genau wie Rezensionsexemplare und ich werde sie zum Selbstkostenpreis verkaufen. Das muss ich dann nochmal gucken, aber das muss ja sowieso alles irgendwie immer nachgehalten werden. Deswegen, brrl. So, auf geht's. Das war schon viel zu lange das Vorwort und jetzt gibt es ein paar richtig geile Games hier. Ja, dann fangen wir einmal an. Ich habe hier rund um mich aufgebaut. Das könnte ein bisschen auch die Lichtsituation hier geändert haben. Also, wahrscheinlich mache ich ein paar Scheinwerfer frei hier, wenn ich Spielstapel abnehme. Und wir fangen einfach mal an mit Atlantis Exodus. Habe ich noch ein Exemplar mitbekommen. Ich hatte ja ein Vorabexemplar zum Weiterschicken bekommen. Sie haben mir netterweise noch eins in die Hand gedrückt. Richtig cooles Game. Ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht. Müsst ihr euch angucken. Richtig cooles Spiel. Ja, so ein kleines Ressourcenmanagement-Spiel. Tolles Ding von DLP Games. Dann habe ich mir gekauft. Civvolution. Der neue Stefan Feld. Sieben Jahre lang, hat er gesagt, war es in Entwicklung. Jetzt ist das neue Zivilisationsspiel da. Leider fehlen wohl in manchen Packungen Komponenten. Man hätte sich so einen QR-Code abfilmen müssen, um das, damit man sich die noch zuschicken lässt. Das habe ich natürlich verpasst. Mal gucken. Vielleicht habe ich noch irgendwo Komponenten, die ich damit reinschmuggeln kann. Dann mache ich das. Oder ich schaue mal, ob ich es mir im Nachgang noch irgendwie organisiert bekomme. Teuer war das Ding. Ich glaube, ich habe 80 oder 90 Euro dafür gezahlt. Ich hoffe, das ist es wert. Und ich befürchte, dass nach der Messe jetzt die Preise auch ziemlich krass purzeln werden. Also weiß ich gar nicht, ob das so schlau war. Vor allen Dingen, weil ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein paar andere Spiele, ähm, ja, vorher spiele. Naja, ob das so schlau war. Dann ein kleines Spiel, Burger Slam. Ein kleines Gritzchen-Sohns-Exemplar, was mir noch mitgegeben wurde. Habe ich auch schon gespielt. Richtig cool. Ja, wir wollen Burger zusammenbauen. Müssen uns quasi immer merken, wie viele Zutaten schon in die Mitte gelegt worden sind. Und dann im richtigen Moment den Bann greifen. Und dann gibt es dann noch so coole Zusatzregeln mit irgendwie, ja, Zutaten werden legiert. Es gibt mehr Zutaten von irgendwas. Zutaten werden verdoppelt. Es gibt ein ganz schöner Hirnfatzwirbel irgendwann. Vor allen Dingen, wenn man das schnell spielt. Ähm, sehr cooles kleines Game, muss ich sagen. Dann habe ich mir Shadow House Masquerade gekauft. Und ich befürchte, also das ist die englische Version. Ich befürchte, das hätte es auch auf Deutsch gegeben. Bei Asmodee, glaube ich. Weiß ich aber nicht genau. Ähm, ja, so ein kleines Mini-Kartenspiel. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, warum ich mir das gekauft habe. War aber auch nicht so teuer. Ähm, das passt schon. Dann habe ich mir auf Empfehlung vom Board Game Viking, der mich auf der Messe kurz angesprochen hat und hallo gesagt hat, dieses Spiel von MM-Spiele gekauft. Dust Race. Ein, ja, kleines, soll so ein bisschen Mario Kart ähnlich sein. Da freue ich mich drauf. Ähm, kurz gespielt. 4-30 Minuten, 2-6 Spieler. Ähm, ja, sieht so ein bisschen bunt aus, sag ich mal. Also, sieht ganz interessant aus. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Dann habe ich Temple Code gekauft. Temple Code habe ich ja, äh, quasi mir ja vor der Messe schon angeguckt gehabt, als das Deduktionsspiel, was ich haben möchte. Ich habe schon gesehen, es ist wohl relativ frech, warum die Packung so groß ist. Äh, der Inhalt ist wohl relativ, äh, überschaubar, sag ich mal, mit so ein paar Pappdingern. Dann, ja, muss man schauen, ob das, ähm, ob das zieht oder nicht. Auf jeden Fall, Deduktionsspiel, konnte ich halt nicht Nein sagen. Deswegen habe ich das mitgenommen. Dann habe ich mir am gleichen Stand noch Curtissons gekauft. Curtissons kommt jetzt aber auch auf, bei Huch auf Deutsch, als Hofverrat raus. Das hat es leider nicht zur Messe geschafft. Deswegen habe ich mir die, ja, französische Version mit englischen Regeln geholt. Ähm, ein, ja, ein Kartenablegespiel. Also, ich hatte im Vorfeld schon mal geguckt, wie es funktioniert. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wir haben hier so, ja, so einen Hofstart. Und dann wollen wir auf diesen Hofstart so ein paar Karten. Das ist so ein bisschen Mindgames, so ein bisschen, ja, Love Letter Style, glaube ich. Äh, bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, da kommt die deutsche Version bei Huch. Ähm, mal gucken, ob man da, ja, noch was drüber hört. Ist auf jeden Fall ganz cool. Bestimmt. Dann Agent Avenue, richtig cool. Nerdlab hatte mich angeschrieben, ob ich mir das nicht mal angucken möchte. Und hat mir ein Rezensionsexemplar mitgegeben. Wir haben es auch schon gespielt. Ein, ja, super einfaches Game. Auch so ein bisschen, ja, Mindgame-mäßig. Man jagt sich gegenseitig in der Nachbarschaft mit seinem, ähm, mit seinem Token. Und muss immer, ja, mit so einer I-Cut-You-Choose-Mechanik, ähm, ja, Karten in die Dinge. Also, man legt immer eine offen, eine verdeckt. Und der Gegner kann sich dann eine aussuchen. Und dann läuft man entweder rückwärts oder vorwärts mit seiner Figur. Und dann gibt's noch, ja, so Items und so. Ziemlich cooles Ding. Lauert halt eine Partie irgendwie fünf Minuten. Und dann spielt man noch eine und noch eine und noch eine. Ganz geil. Dann Castle-Kombo hab ich mir gekauft. Ähm, gab's aber auch schon länger bei Boardgame-Arena. Ich muss einfach sagen, die Boardgame-Arena-Umsetzung. Aber ich hasse Boardgame-Arena, da drauf zu spielen. Also, ich hasse nicht Boardgame-Arena, aber ich hasse es, Online-Brettspiele zu spielen. Ich hab's online gespielt und ich fand's nicht so toll. Dann hab ich's mir gekauft. Ich hab's live gespielt. Und es ist mega. Kommt auch auf Deutsch bei Cosmos, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ähm, jetzt demnächst. Also, da könnt ihr auch auf die deutsche Version freuen. Da werde ich auf jeden Fall auch ein einziges Video mit Regelerklärung zu machen, damit ihr schon mal losspielen könnt direkt, wenn es dann da ist. Ja, cooles Teil. Wir bilden so ein 3x3-Raster. Und müssen in jedem Zug eine Karte kaufen. Und die Karten bedingen sich dann und bringen Punkte. Und, ja, cooles Teil. Dann hab ich noch als kleines Spiel Eternitium. Eternitium. Ähm, kleines Kartenspiel hab ich mir gekauft. War ich irgendwie vor der Messe vom Cover überzeugt. Ähm, hatte ich auf meiner Liste. War nicht so super teuer. Deswegen hab ich's mitgenommen. Aber ob das jetzt cool ist, kann ich tatsächlich überhaupt noch nicht sagen. Dann hab ich mir die Hamlet-Erweiterung gekauft. Boah, richtig dreist. Die ist so teuer. Die ist so teuer. Ich liebe ja Hamlet. Das Spiel ist so ein kleines Spiel, bei dem wir so, ja, nicht Standard-Hexfelder haben. Und so ein Dorf aufbauen. Und so, ja, so Eselsketten bilden müssen. Um Ressourcen, die allen gehören, an die richtigen Baustellen zu bringen. Und so richtig cool. Ja, und jetzt war diese Erweiterung, also, die hat halt über 30 Euro gekostet. Für so ein kleines Ding. Und da ist fast nichts drin, muss man einfach sagen. Das find ich ein bisschen dreist. Also Mighty Boards, ja. Sonst hab ich bei Mighty Boards aber auch nichts gekauft. Hatten sonst nichts Geiles, glaub ich. Dann hab ich mir die Nucleum-Erweiterung auch gekauft. Hab mir die englische Version gekauft bei Board & Dice, weil ich halt auch das englische Grundspiel habe. Deswegen kann ich nicht auf die deutsche Erweiterung warten. Oder ich glaub, die gibt's sogar schon. Ja, Court of the Progress. Auch dünner, als ich erwartet hatte. Kleiner, als ich erwartet hatte. Ja, das war bestimmt ganz cool. Freu ich mich auf jeden Fall drauf. Auch mal wieder eine Partie mit Nucleum zu spielen. Dann hab ich mir gekauft. Ja, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich alle die Hände über den Kopf schlagen. Foundations of Metropolis. Es war nicht so unglaublich teuer. Arcane Wonders ist es. Arcane Wonders ist ja ein amerikanischer Verlag. Ich hatte auch vorher angefragt, ob ich da irgendwie Rabatt kriege oder nicht. Und ich hab mir halt wirklich sehr viel bei denen gekauft. Ja, hab ich nichts bekommen. Ich hab alles zum Vollpreis gekauft. Und ich hab halt nie Foundations of Rome gespielt. Das ist ja quasi dasselbe. Nur in einem anderen Setting. Und ein bisschen weniger übertrieben produziert. Und mir fehlt so ein Spiel irgendwie noch in der Sammlung. So ein kleines fluffiges Aufbauspiel. Ja, Stadtbauspiel. Ich wollte es mal gespielt haben. Ich wollte es mal ausprobiert haben. Ich kenne auch niemanden, der das irgendwie bei sich im Regal stehen hat. Und mir sagt, oh, da hätte er Lust drauf. Deswegen, ja, muss ich das jetzt selber mal ausprobieren. Dann machen wir hier weiter. Ah, toll. Das habe ich mir bei Albi gekauft. Ja, kleines Korallen-Karten-Legespiel. Also wir bauen so einen Korallen-Riff hier mit unseren Karten in so einer Auslage. Ja, nichts Aufregendes, Spannendes. Ich fand das Thema cool. Ich mag diese Korallen- und Wasserthemen. Ja, ich würde fast sagen, es ist schon eher so ein Einsteigerspiel. Familienspiel, Familienspiel plus. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Dann habe ich mir natürlich noch den neuen Ludonova gekauft. Menefa, der war dann tatsächlich auch relativ schnell ausverkauft. Ich war ein bisschen verdutzt. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht genug Exemplare da hatten. Ja, die ganzen anderen Ludonova-Spielen aus den letzten Jahren, die ja quasi ein ähnliches Setting hatten, immer auf irgendeinen König der Vergangenheit bezogen. Man baut irgendwelche Tempel und so. Haben eigentlich immer alle gezogen bei mir. Ich fand die alle immer ziemlich cool. Deswegen musste ich auch das mitnehmen. Aber es sieht halt einfach auch einfach nicht geil aus. Sieht einfach nicht geil aus. Das Brät sieht trocken aus. Aber spielerisch verspreche ich mir davon tatsächlich sehr viel, muss man sagen. Dann habe ich mir ein kleines Spiel angeguckt gehabt und habe es dann doch mitgenommen. Habe es doch gekauft. Spectacular von Chili Fox, dem Aporta-Shop. Ein kleines Würfel-Einsetz-Spiel. Das fand ich ziemlich cool. Wir haben so Würfel, die wir würfeln müssen und müssen dann hier so einen kleinen Park bauen. Ja, so quasi die Tiere in diesem Park irgendwie unterbringen. So ein Wildpark oder in so einem Naturschutzgebiet. Und da, ja, unsere Würfel im richtigen Moment einsetzen und Punkte zu sammeln. Es ist sehr kompakt. Also es sind sehr kleine Würfel, sehr kleine Plättchen. Man braucht nicht so viel Tischplatz für das Spiel. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ja, dann von Beyond the Horizon. Da habe ich auch im Vorfeld ja schon erzählt. Von Cranio Creations quasi. Ja, ich glaube, es ist der Nachfolger von Beyond the Sun. So, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es ist ein Zivilisationsspiel. Das ist ein rabattiertes Exemplar. Da habe ich ein bisschen, ja, Vergünstigung drauf bekommen. Ich hatte ja auch einen Termin mit Cranio. Habe mir die Spiele von denen zeigen lassen. Ja, da verspreche ich mir tatsächlich sehr viel von. Das gibt es auch bald auf Deutsch. Der PD-Verlag hat es leider noch nicht da. Deswegen musste man es, wenn man es haben wollte, auf Englisch mitbringen. Aber wartet da gerne auf die deutsche Version. Die kommt auf jeden Fall. Dann Kraftwagen habe ich mir gekauft. Bei Arkane Wonders auch wieder. Habe ich mir wegen des Themas gekauft. Habe ich mir wegen des Covers gekauft. Ich habe so einiges ganz Gutes schon darüber gehört. Es ist ja, glaube ich, eine Neuauflage. Ich glaube, das Spiel ist schon etwas älter oder schon sehr viel älter. Die alte Version habe ich nie gespielt. Ja, es geht so ein bisschen um das Automobil in den Anfangszeiten. Ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Dann habe ich mir gekauft Asian Tigers. Das habe ich mir auch auf Empfehlung gekauft. Ein Wirtschaftsspiel. Und das war es. Also das kann man dazu sagen. Es ist, glaube ich, ein sehr krudes Wirtschaftsspiel. Die Asian Tigers habe ich mir sagen lassen. Das ist mir auch neu gewesen. Das sind quasi die in Asien quasi so die vier Großmächte, die irgendwie angefangen haben, Handel zu treiben. Oder irgendwie Börse. Oder hier und da. Oder irgendwie ein Wirtschaftssystem. In Asien in den 1960ern. Genau. Die vier asiatische Volkswirtschaften stechen hervor. Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong. Genau. Das sind die Asian Tigers. Ja, und dann ist das quasi ein Wirtschaftsgame. Sieht auch sehr Excel-Tabellen-mäßig aus. Ähm, aber könnte richtig cool sein. Also bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Aber es ist natürlich schon auch unter den Nischenspielen ein sehr starkes Nischenspiel. Dann, Redjack. Da habe ich mir ein Rezensionsexemplar von mitgenommen. Äh, von den anderen Frosted Games Titeln. Die habe ich mir leider alle kaufen müssen, äh, weil sie mir leider kein Rezensionsexemplar geben wollten. Ähm, ich habe gehört, äh, es war so, ja, die Spiel des Jahres Jury, denen haben wir gerade 20 Stück mitgegeben. Weil irgendwie anscheinend jeder jedes haben muss. Und da ist so, ja, okay, cool, ja, dann kaufe ich mir das. Naja, äh, Redjack ist ein klein, also es ist eine Mischung zwischen Blackjack, Blackjack und Love Letter. So, das beschreibt es relativ gut. Nur, dass es nicht bis 21 geht, sondern bis 25. Ich habe es, äh, tatsächlich noch nicht gespielt, weil ich noch nicht die Runde dazu hatte. Aber jetzt diesen Donnerstag kommt es auf den Tisch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann habe ich mir ein Rezensionsexemplar von Deville von Cities mitgenommen. Ein, ja, ein, auch würde ich sagen, Familienspiel plus, bei dem wir so eine kleine, äh, Stadt aufbauen. Kann ich hier nochmal zeigen. Das klang wirklich sehr schön und sehr interessant. Äh, das wollte ich mir unbedingt angucken. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal was von machen. Dann habe ich mir bei, ähm, ja, weiß gar nicht, was das hier für ein Verlag ist. Explore8 habe ich mir AI gekauft. Ja, ich habe es mir wegen des Themas gekauft. AI, ich stehe halt auf KI und auf diesen ganzen neumodischen Kram, würdet ihr vielleicht, äh, oder einige von euch sagen, ans ein kleines Kartenspiel. Ähm, ich habe mir jetzt nur die Basisversion geholt. Man konnte sich noch Playmats und Expansions und whatever kaufen. Aber diese Basisversion mit diesen paar Karten war schon absurd teuer. Auch wenn die Karten tatsächlich ganz geil aussehen. Ähm, wenn man, ich hatte sie schon in der Hand. Ja, genau. Aber, ja, es war absurd teuer. Sozusagen für so ein kleines Kartenspiel. Dann natürlich der neue Board & Dice-Kracher. Habe ich mir auch auf Englisch gekauft. Ähm, Minos. Ja, wir sind im Dawn of Bronze Age. Äh, wir sind im Ancient Realm of Kreta. Also, wir sind irgendwie auf Kreta und bauen da irgendwelche coolen, äh, ja, Monumente und wollen dort irgendwie Handel betreiben und so weiter und so fort. Also, der neue Board & Dice-Kennerspiel, Experten-Spiel-Kracher. Von David Turchi natürlich wieder der Solo-Modus. Das wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und dann Bomb-Busters. Da habe ich ein Rezensionsexemplar von mitgenommen. Ihr seht auch, die packen schon auf. Wir haben es schon gespielt. So geil. So geil. Es ist ein kooperatives, ähm, Deduktionsspiel, bei dem wir zusammen eine Bombe entschärfen müssen, indem wir so mal so Kabel in, äh, richtigen Reihenfolge durchschneiden. Immer so pärchenweise. Und das Ganze hat dann halt ganz viele, ja, so kleine Boxen. Äh, es hat irgendwie 66, äh, Szenarien. Und, äh, 66 Missionen. Und man hat halt pro Mission dann immer irgendwelche neuen Regeln. Ähm, richtig cool. Da freue ich mich drauf. Ich habe jetzt noch keine Box aufgemacht. Aber jetzt in der nächsten Partie wäre es soweit. Und, ja, richtig cool. Tolles Game. Hatte ich auch schon vorher auf dem Zettel. Und es hat mich nicht getäuscht. Es ist genau das, was ich mir darunter versprochen hatte. Aber es ist tatsächlich nicht so wie, ähm, Shut Up and Nobody Explodes. Weil es ist nicht so dieses, ich muss Sachen beschreiben und der andere muss das verstehen. Sondern es hat ganz klare Deduktionsregeln. Und das finde ich halt cool. Dann habe ich als Rezensionsexemplar die Erweiterung von, ähm, The Valley of Eternity mitbekommen. Von Mandu Games. Auch die englische Version, weil ich auch die englische Basisversion habe. Ich würde das halt nicht mischen. Ähm, ja, ein paar neue Karten. Ähm, und es gibt so ein, ja, es gibt so einen neuen, neuen Mechanismus. Es gibt jetzt hier so, so Karten in der Auslage, die man dann irgendwie noch belegen kann. Mit so einem Exemore Button. Dann habe ich mir Shackleton Base gekauft. Shackleton Base auch, ähm, ja, Eurogame, Workerplacer, alles mögliche. Sandbox, Modular, Solo-Mode, Automat. Alles, was das Herz begehrt in so einem Sci-Fi-Setting. Ähm, sieht, ja, boah, sieht auch ganz nett aus, muss man sagen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Das muss ich tatsächlich noch vorbereiten für meinen nächsten Spieleabend. Oh, denn ich habe es noch nicht mal ausgepackt, nicht mal ausgepöppelt. Oh, 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 ob das noch was wird. Dann Shandigar von Strohmann habe ich ein rabattiertes Exemplar mitgenommen. Ein kleines Plättchenlegespiel, äh, bei dem wir, ja, in so einem, ja, in so einem, äh, dass das Häuserkomplex unterwegs sind und dort dann, äh, ja, immer so kleine Plättchen belegen können. Äh, ja, ganz nettes Spiel für zwischendurch, muss man sagen. Habe ich auch schon angezockt einmal. Dann habe ich mir die beiden Oink Games gekauft. Die neuen, ich glaube zumindest, dass es die neuen sind. Auf jeden Fall waren das die, die ich noch nicht kannte. Moving Wild und Souvenirs from Venice. Moving Wild habe ich schon gespielt. Nicht diese Version, aber eine andere Version. Ganz cool. Äh, legen immer so Tierkarten, äh, müssen uns immer so eine Landschaft, äh, holen. Und dann können wir da Tierkarten dranlegen. Müssen aber gucken, dass wir die richtig gut, ähm, ja, ausfüllen. Und dann gibt es gefährliche Tiere und nicht so gefährliche Tiere und so. Und, äh, Souvenirs aus Venedig. Souvenirs aus Venedig. Weiß ich noch gar nicht. Ich habe ihn mitgenommen. Dann habe ich noch ein, äh, Rezensurzexemplar von Cranio bekommen von It's a Match. Das ist frisch eingetroffen. Ein, ja, Stereotypen-Spiel. Es gibt so Fotokarten von Leuten. Und dann gibt es Hashtag, äh, Karten. Und dann muss man immer sagen, oh ja, das, äh, er sieht aus wie jemand, der ein Boot. Der, äh, Hashtag Boat-Owner oder, äh, Hashtag Veganer oder was weiß ich. So halt, ja, lustiges kleines Party-Game, muss man sagen. Dann habe ich mir eine Rezensurzexemplar von Doitoshi mitbekommen. Und das haben wir auch schon gespielt. Richtig geil. Die Anleitung, muss man sagen, ist so Devia-mäßig richtig schlecht. Äh, man versteht eigentlich kein Wort, außer man hat die Anleitung schon gelesen. Äh, wir haben uns ein Regelvideo angeguckt. Das war auch mittelmäßig, muss man sagen. Aber wir haben es dann hinbekommen, nach der, bei der zweiten Partie. Also wir haben schon zwei Partien gespielt. Bei der zweiten Partie hatten wir es dann raus, wie es gespielt wird. Und, wow, cooles Teil. So einen coolen Rondell-Mechanismus. Wir können so eine Stadt aufbauen. Ähm, beziehungsweise da neue, ja, Worker-Placement-Felder machen. Und, ja, richtig cool mache ich auf jeden Fall auch noch ein Video dazu. Dann haben wir Resaver gespielt. Auch schon, das ist ein rabattiertes Exemplar von Delicious. Boah, das sieht so scheiße aus, ne? Das sieht einfach hier nicht schön aus. Sie hatten auch noch derbe viele Packungen am Strandstand. Ich glaube, sie haben nicht so viel davon verkauft. Aber das ist geil. Das macht richtig Spaß. So einen coolen Karten-Mechanismus. Ähm, wo wir die Karten quasi wie bei Kurt in Aurora immer umdrehen können. Und entscheiden können, welche Aktion wir spielen. Und dann gibt es zusätzlich noch so eine Bonus-Aktion, so eine Farbaktion. Cooles Teil, muss man sagen. Dann 21 Hand Games habe ich mir gekauft. Ähm, ja, ein kleines Spiel, bei dem wir, also hier sind halt einfach so ganz viele so kleine Papiere drin. Und die beschreiben alle Spiele, die wir einfach nur mit unseren Händen spielen können. Cooles Teil. Ähm, fand ich eine witzige Idee. So mal so eine Zusammensammlung zu haben. Ist natürlich auch Shinsha schon, glaube ich, dabei. Dann habe ich mir noch am Samstag früh eins der letzten Exemplare Endeavor gekauft. Ja, Frosted Games wollte mir keins geben. Sie hatten gesagt, äh, ja, okay, vielleicht zur zweiten Auflage könnte ich vielleicht eins kriegen. Aber sorry, mit meinem Kanal, dann interessiert euch das auch nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt drüber berichten. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Ähm, ja, soll auch mega geil sein. Ein paar Content-Creator-Kollegen haben ja schon was dazu gemacht. Weil es gibt es ja schon auch zu kaufen, äh, oder auch vielleicht haben sie auch Rezensionsexplare bekommen. Keine Ahnung. Schon etwas länger. Ähm, dann habe ich mir gekauft Videogame-Champion. Das habe ich mir einfach nur wegen des Titels gekauft. Beziehungsweise ich hatte mir vorher schon ein Regenvideo angeguckt. Ist kein Superflop. Ist jetzt aber auch nicht der Superburner. Ist einfach, ja, wir haben so, es geht so ein bisschen in die Arcade-Richtung. Ähm, wollen da so ein paar Plättchen auslegen. Ist ganz cool. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen von Auf ein Wort. Das ist eins der neuen Spieler von Rita Model. Ähm, ja, mit der quatscht man ja immer und macht Selfies auf der Messe. Ähm, ja, sie hat gefragt, ob ich da gerne eins von mitnehmen möchte. Ich habe, ja, alles klar, gucke ich mir mal an. Wir haben es auch schon gespielt. Und, ja, es ist im Grunde genommen für Stadt- und Flussliebhaber. Ist es was? Für jetzt persönlich schockt es mich nicht so. Aber, ähm, es geht halt irgendwie darum, dass wir, ja, so Kategorien haben. Dann kriegen wir Buchstaben oder zwei Buchstaben. Dann müssen wir Wörter aufschreiben, die mit den Buchstaben beginnen. Und dann, ähm, guckt man, ob man, ja, der Alleinige ist. Oder ob man, ähm, mit jemandem zusammen den, einen Buchstaben genommen hat. Und dann kann man dann auch drauf wetten, ob man das gleiche Wort hat oder nicht. Also, das ist schon noch ein ganz witziger Mechanismus. Funktioniert, glaube ich, aber auch eher mit mehr Leuten. Also, es ist für drei bis sechs Spieler. Wir haben es zu dritt gespielt, da war es okayisch. Wir haben dann irgendwann den Kniff verstanden gehabt und warum das ganz cool sein könnte. Aber ich glaube, zu sechs ist, ähm, deutlich geiler. Dann habe ich mir Cosmoktopus gekauft. Ähm, das hatte ich mir schon in UK angeguckt. Ein kleines, lustiges, äh, ja, was ist das? So ein Plättchenspiel, bei dem wir immer so Orte besuchen. Und diese Orte dann auch noch verschieben können. Und dann, ja, quasi durchs Weltall irgendwie, äh, durch so Wurmlöcher reisen. Ähm, ja, hatten noch so einen Kartenmechanismus. Ziemlich cool. Äh, fand ich irgendwie ganz witzig. In UK war es mir noch zu teuer. Jetzt fand ich es okay und auf Deutsch. Ähm, und ich habe auch noch so ein kleines Plüschtier in UK mitgenommen. Das gab es jetzt auf der Messe in Essen leider nicht. Äh, fand ich ein bisschen schade. Dann habe ich ein rabattiertes Exemplar von Sunavalo mitbekommen. Das ist ja von Ode, dem Macher auch von Cooper Island. Und von dem, äh, letztjährigen Spiel, äh, halt dieses mit den Wolken. Oh, wie heißt es? Habe ich schon wieder vergessen. Naja. Und es ist ein reines Zweispielerspiel. Wollte ich unbedingt haben. Hatte ich angefragt. Und, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Da werdet ihr auch noch ein bisschen was zu hören. Und bei dem gleichen Verlag, The Game Builders, wurde mir dann auch noch Stevens empfohlen. Habe ich auch ein rabattiertes Exemplar dazu mitgenommen. Ein, ja, doch, äh, relativ, äh, ja, mittelmäßig aussehendes Kennerspiel. Also, jetzt von meinem, das ist ja alles mein persönlicher Geschmack. Aber, ähm, ich glaube, es könnte geil sein. Also, von, von den Mechanismen, ich glaube, es ist cool. Gucken wir dann mal. So, dann habe ich mir gekauft Altai. Das fand ich vom Artwork so cool. Das sieht so, das ist so, wie so ein Gemälde sieht das aus. Richtig cool fand ich das, muss ich sagen. Und das ist so ein kleines Zivilisationsspiel von Ares Spiele, aus Ares Games. Ähm, ja, musste ich mitnehmen. Fand ich cool. Dann war ich bei Jumbo. Da hatte ich auch einen Termin. Und, ja, da könnt ihr aber sowas von gespannt sein, was da bei Hits da noch kommt, so die nächsten Monate. Ai, 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 ai. Da sage ich euch. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und was ich noch mitbekommen habe, ist ein Lost Island. Das ist quasi jetzt eine Vierspieler-Stratego-Version. Also, zwei bis vier Spieler. Es kann so zwei bis vier Spieler spielen. Ich habe in meinem Leben ja auch nie Stratego gespielt. Das ist ja ein reines Zweispielerspiel. Ist ja ein Klassiker im Grunde genommen. Und, ja, ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich werde auch mal eine Partie Stratego spielen und euch dann berichten, wie mir das Ganze gefallen hat. Ja, das ist das. Dann, richtig cooles Teil, Iron Wood. Das ist der neue Mind Clash 2-Spieler-Titel. Und das sieht erst mal verdammt krass aus, das Game. Und es hat einfach so geile Komponenten. So richtig cool Holz und noch so Metall-Coins. Und es geht darum, dass wir, ja, auf dieser Karte dann irgendwie um die Vorherrschaft von solchen, ähm, ja, von solchen Lichtungen kämpfen. Der eine möchte irgendwie, ähm, so Festungen bauen. Der andere möchte so Rituale durchführen. Und das Ganze ist sehr kartengesteuert, muss man sagen. Äh, cooles Teil hatte ich beim Mediatable angespielt. Und dann hat die, äh, Güte Dorca mir tatsächlich auch noch eins mitgegeben. Und ganz unverhofft. Ich hatte es gar nicht, ähm, angefragt. Aber, ja, mach ich auf jeden Fall jetzt was zu, weil ich das cool finde. Dann hatte ich mir noch ein Rezensionsexemplar von Dorfromantik mitgenommen. Äh, und zwar das neue Sakura Dorfromantik. Das ist ein eigenständiges Dorfromantik. Und nachdem mir die Duell-Variante tatsächlich einfach ein bisschen zu leicht war, weil wir es doch relativ schnell dann durch hatten und alles gesehen hatten, ist das jetzt wieder eine, wo es wieder Progress gilt, wo wir neue Sachen freischalten können. Und, was ich gehört habe, ich kann natürlich jetzt nicht spoilern, es soll ein bisschen komplexer sein als das alte Dorfromantik. Also es sollen auch so ein paar Mechaniken drin sein. Die man so nicht kennt. Ähm, also es lohnt sich wohl, ähm, das zu haben, wenn man das alte Dorfromantik durch hat. Aber natürlich, äh, ganz genau kann ich euch das noch nicht sagen, weil ich es selber noch nicht gespielt habe. Dann, ähm, hier noch ein Kracher. Ah, natürlich habe ich mir ein Black Forest gekauft. War vorher lange ich leider kein Rezensionsexemplar. Aber, ja, der neue Uwe Rosenberg. Hier quasi die, äh, oder die, äh, Weiterentwicklung von die Glasstraße, äh, musste ich mitnehmen. Sieht, also das Cover sieht einfach geil aus, auch wenn es einfach nur der Schwarzwald ist. Ähm, aber das Spielfeld sieht okayisch aus. Aber ich bin sehr gespannt auf die, ja, typischen Rosenbergschen Mechanismen. Und dann habe ich noch ein rabattiertes Exemplar von Golden Cup mitbekommen. Das ist jetzt, ja, im Grunde genommen das neue Challengers. Also es ist wie Challengers, es soll aber ein paar Kniffe haben, die Challengers nicht hat. Ähm, ja, mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen. Ist von Kranium Relations. Und dann, die habe ich schon ausgeräumt. Dann habe ich natürlich mir ein Fischen-Exemplar gekauft von zwei F-Spiele, die mir auch leider nie antworten, wenn ich sie anschreibe. Ähm, ja, kleines Stichspiel, bei dem wir aber, ja, die Stiche, die wir bekommen, dann irgendwie als Handkarten wieder haben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das zocken wir bald. Dann habe ich mir eine Version von Sailor Die gekauft. Das ist von Lucy Goosey, die auch Surfersaurus Max gemacht haben. Ein kleines, ja, lustiges Ablegespiel mit einem fragwürdigen Artwork. Ich frage mich immer noch, ist das ein Hintern oder ist das eine Schwimmweste? Und ich glaube, es ist ein Hintern. Dann ein Rezensionsexemplar von Fantastix. Das ist ein reiner Knizia-Spiel, äh, bei Mandu Games. Ein Rezensionsexemplar, was ich mir mitgenommen habe. Ein kleines, lustiges Partygame. Dann habe ich mir die Erweiterung von Barcelona gekauft. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ein tolles Spiel. Ähm, ich habe mir ein Aquatica gekauft. Auch wieder dieses Ocean-Thema. Wir, ja, das ist quasi eine Neuauflage. Oder ist es eine Erweiterung? Wahrscheinlich ist es sogar eine Erweiterung. Ich habe das Basegame nicht mehr. Nicht mal. Okay, ich sehe, das ist, glaube ich, sogar nur eine Erweiterung. Ich muss das Basegame mir noch kaufen. Ähm, das ist natürlich Fail. Aber ich habe mir noch ein Tee Garden gekauft. Ein sehr cooles Eurogame von Albi auch. Äh, bei dem wir hier in so einem asiatischen Setting unterwegs sind. Insgesamt auf der Messe sind ja asiatische Settings und Nachhaltigkeit einfach großes Thema gewesen. Ähm, dann habe ich mein AI Space Puzzle geholt. Auch rabattiert. Ähm, ein rabattiertes Exemplar. Das ist quasi auch ein kooperatives Deduktionsspiel. Also ich würde das so in die gleiche Kategorie mit Bombbusters einordnen. Dann habe ich mir ein Spiel, das war auch einfach super Fail. Ich habe mir im ersten Stand morgens angestellt, wo ich Shackleton Base haben wollte, was ich auf meiner Liste hatte. Und habe mir direkt ein Spiel gekauft. Ein ziemlich teures Spiel, was ich nicht auf meiner Liste hatte. Einfach, weil alle gesagt haben, ja, das könnte cool sein. Und da ist voll der Run drauf. Und ja, da ich auch das Computerspiel Dead Cells gespielt habe, dachte ich mir, ach komm, das nehme ich mit. Das ist ein Roguelike. Ähm, ja, sieht ziemlich krass aus. Ich bin mal gespannt, wenn ich das auf den Tisch kriege. Ähm, ja. Dead Cells. Und dann habe ich hier noch zwei. Einmal das Resurgence, auch von Porter Games. Eine, ein rabattiertes Exemplar. Ja, ein kleines Worker Placement. Ähm, ist es, oder ja, ein Euro Game. Ich weiß gar nicht, ob es Worker Placement ist. Äh, fand ich irgendwie ganz ansprechend. Kann ich aber tatsächlich auch nicht so viel sozusagen. Und ein Salt Fjord habe ich noch ergattert. Auch ein sehr cooles Euro. Das war auch sehr schnell ausverkauft, muss man sagen. Das habe ich mir gekauft. Ähm, da geht es darum, dass wir auch so eine Auslage oder so ein Board haben und dann immer rein und spalten aus, ähm, auslösen können. Und das wird, glaube ich, ziemlich cool. Ja, und ich glaube, das ist so der, das gröbste an Spielen, was ich mitgenommen habe. Ein paar Sachen hatte ich ja vorher schon, ne, das Lego, habe ich auch schon Videos zu gemacht. Lego, äh, Monkey Palace, Three Chapters und so weiter. Und jetzt im Nachgang kommen auch noch ein paar Spiele, auch zum Beispiel das Unbewusste ist bei mir jetzt endlich angekommen, der Kickstarter. Ähm, ja, das sind aber so Spiele, nicht Spiele, die ich irgendwie direkt von der Messe mitgenommen habe. Deswegen, äh, passt das erstmal so, würde ich sagen. Ja, das waren die Spiele. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was hier auf meinem Kanal dann demnächst so kommt, in den verschiedensten Formaten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst auf jeden Fall ein Abo da, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keins der zukünftigen Videos mehr. Und ihr könnt euch über alle diese Spiele informieren, hier auf meinem Kanal. Es würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und es würde mich freuen, wenn ihr jetzt noch ein weiteres Video hier schaut. Guckt doch einfach mal hier mein Messebericht. Und hier unten ein weiteres Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Und ansonsten stöbert so ein bisschen auf meinem Kanal. Ich habe sehr viele Videos hier auf meinem Kanal zu brett spielen. Da ist sicherlich was für euch dabei. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.